die die um 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 heute werden wir spielen aber nicht mal kein Akt 3 oder so mehr sondern wir spielen jetzt mal ein paar Mods ähm ja das ist halt ja wie wir wissen in diesem Video mal ein paar Mods also ja dann mal schauen der erste Mod ist New Ending da können wir unsere Tochter befreien Leute falls ihr auch die Geschichte lesen wollt dann äh könnt ihr ja ein Video gucken und schreiben Hello Neighbor Geschichte und so kann äh hat ähm weil ich hab einmal ein Video geguckt von Bador aber ja nicht so viel Lava lieber mal und mal nicht mehr nehmen so ok wir sehen uns mal hm und und aber sie als der Trauer oder was nur ist doch nicht vertraut was ist das was war das für ein äh Geräusch ich muss an die ähm Kinder gucken okay ich bin jetzt also ich bin jetzt ähm als Nachbar okay das ist aber mit Dreck okay die Küche da sind so viele Türen gesperrt ne kann ich mich hier versteckt ja aber das braucht man nicht als zu wissen man braucht man das nicht oh 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 mein Gott und und ich bin jetzt okay ich bin eigentlich momentan als die Kinder aber wir haben eine Nachbar okay ich glaube es gibt Frau ich kenne schon die Hellen-Nehmer Geschichte ich kenne die Neubleibung Sieg da geht es um die Geschichte dass ähm der Nachbar eine Familie hatte und dann war so eine dann hatte der Nachbar einmal einen Unfall äh ein Trauer äh ein Atomfall und die Frau war gestorben dann war der Nachbar so traurig und dann ist sie im Krankenhaus gegangen genau wie das hier dann ja war ja traurig ich kann das tun ich muss es überwinden okay äh Daniel 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 okay ich weiß was das bedeutet Leute es hat also wenn ihr sagt ey wie sowas nicht ähnlich oder so bist du dumm oder was ähm ja Leute aber ich bin ich will nicht ich weiß aber ich kann dafür nicht ich kann nicht dafür ich kann nicht dafür ich kann nicht zu viel ich kann nicht zu viel endlich deswegen äh ahlala okay okay was ah einfach allerdings wir wüten äh Angel okay was ist das höh okay was ist das höhle äh das war laut Video Game News Auto wow äh Angel ich glaube ich muss den Nachbarn nicht berühren sonst werden die Wüten schlagen für mich das ist das Problem Leute ich muss ganz kurz was gucken also ja so okay jetzt machen wir weiter ja und und nein so schlimm na okay gut okay komm ja geschafft ich weiß nicht ob wir ein paar Mods machen werden oder nur diesen Mods weil ich kann nicht länger wie es machen und Telefonnummer ich hab mein Telefonnummer aber ich bin endlich raus mit der Klasse 2 und mit meinem Klasse 3 aber jetzt habe ich eine Sommerferien das war doch nicht schön jeder oder was jeder hat okay okay jetzt haben wir äh Depression ich glaube traurig oder so wie ihr sehen könnt der Nachbar so traurig wegen seiner Frau ja dann ähm nach dem Autounfall war sein Bruder so wütend und ja dann äh ja jetzt sagen ich lass euch nicht komplett spoilern aber am Dach war die Kinder und dann der Bruder war wütend auf die Tochter und wie ihr sehen könnt sind wir auch da der Bruder war wütend und hatte ihn weggeschubst Aaron Meyer ich muss ihn äh ich muss zu ihm kommen bevor äh irgendwas passiert genau hier wird wahrscheinlich die Tochter vom Nachbarn gekrättet aber hier im äh der Neberheit zieht äh ja er wurde er gestorben er wurde vom Dach runtergefahren der Bruder den Ausversehen geschubst erst mal sein Pop und dann als nächstes die Tochter vom Nachbarn aber hier wird wahrscheinlich der Nachbar ihm helfen ich kann leider keine Neberheit ziehen und nein 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 Nachbar ja da kommt er ja und das hatten wir aber in der Neberheit zieht der der war nicht der Nachbarn ne und das ist eine gute Ende ööö das sieht da eigentlich ein bisschen ekelhaft aus die Korrektur aber egal also die Face also die Nachbarn am meisten der geilste Kaskini ja das Ende danke äh danke dir das so gespielt das äh für vergesst nicht ähm ja ja dein Kanal und mein Kanal zu bedenken ja ich hab schon dein Kanal abonniert ne die Leute wie ihr denn es hat schon sehr viele Leute Kanal abonniert aber bei mir nichts ja ihr seid nicht meine Kinder ne also ich bin ja nicht der wütende Nachbar aber wir brauchen es gestoppte Kinder ich bin trotzdem noch wütend äh okay dann würde ich mal sagen dass wir mal jetzt ähm genau mod next mod ja mhm so das machen wir wieder weg es gibt Änderungen ne wir werfen wir werfen das machen wir weg entfernen entfernen ich glaube wir werden nur einen Mod schaffen Leute oder vielleicht noch einen Mod aber ja gut machen wir dann die nächsten Mod und zwar äh Chloe Christmas Map hab ich schon mal allein durchgezockt war nicht so ganz geil ähm wir werden uns das letzte Mal versuchen oder wie oder ich sag mal es reicht jetzt für die Folge Leute ähm ich würd mal sagen es reicht weil irgendwie jetzt ist es ein bisschen zu viel für mich also tschau also kein next Mod tschau